Zum Rechtsextremismus 20 Jahre nach den Rostocker Ausschreitungen. Nun der Kommentar von Anja Reschke vom Norddeutschen Rundfunk. Gedenkveranstaltungen können wir mittlerweile richtig gut. Dieses Mal war der Bundespräsident da. Der richtige Mann am richtigen Ort. Zum 10. Jahrestag kam nur die damalige Verbraucherschutzministerin Renate Künast nach Rostock. Anscheinend braucht es eine Weile, um die obersten Stellen unseres Staates von der Denkwürdigkeit dieses Ereignisses zu überzeugen. Wie geht es denn dem Rechtsextremismus in Deutschland, 20 Jahre nach Rostock-Lichtenhagen? Es geht ihm gut. In Bremen gab es einen Brandanschlag auf die Wohnung einer Migrantenfamilie. In Köln flog ein Molotow-Cocktail in eine türkische Teestube. In Erfurt provozierten Rechtsradikale die Besucher einer Kunstausstellung mit Sieg Heilrufen und schlugen anschließend den Kurator der Veranstaltung zusammen. Nur ein paar willkürliche Meldungen aus dem Juli. In Nordrhein-Westfalen ist dieses Jahr fast jeden zweiten Tag jemand Opfer rechtsextremer Übergriffe geworden. Niedersachsen meldet einen Anstieg rechtsextremer Gewalt im Vergleich zum Vorjahr. Und bei der Terrorzelle NSU hat der Staat seine jahrelange Untätigkeit ohnehin eindrücklich unter Beweis gestellt. Wehrhaft müsse die Demokratie sein, hat der Bundespräsident heute gesagt. Aber es wird sein wie immer. Kaum sind die letzten Demonstranten abgereist aus Rostock, wird sich die Politik anderen Themen zuwenden. Und manche Innenminister werden weiter die Statistiken über rechte Gewalt in ihren Ländern schönen. Dass der Staat Gedenkveranstaltungen beherrscht, hat er bewiesen. Wehrhaft aber kann er nur sein, wenn er endlich anfängt, das Problem wahrhaft anzupacken. Anja Reschke kommentierte. Anja Reschke kommentierte.